Hallo und willkommen bei vielblau um nichts Nummer 304, die vorletzte Folge, voraussichtlich in diesem Jahr. Und ja, gehen wir relativ direkt rein, weil es ist ja, die meisten Leute werden Urlaub haben oder keine Zeit oder müssen noch Weihnachten vorbereiten oder Last Minute einkaufen, irgendwas. Ich nicht, aber bei uns geht es auch ein bisschen mehr drunter und drüber, wie wir gerne hätten, aus verschiedenen Gründen, die hier aber nicht hingehören. Aber ihr kriegt ja trotzdem eine Folge, wie man hört. Und ja, der Wind draußen ist gerade ziemlich unschön, das nervt doch ziemlich, vor allem wenn es die Gartentür nicht mehr ganz so schließt und dann gerne mal peng wieder zufällt und aufgeht. Ist doof, aber was will man machen, ist halt so jetzt. Ja, weiße Weihnacht gibt es natürlich nicht. Nicht bei uns, bei anderen Leuten vielleicht schon, da kommen wir nachher nochmal drauf. Haha, wenn ich den Gag bis dahin nicht vergessen habe. Gut, machen wir es. Also zur Info auch, also an Heiligabend gibt es kein Video, das muss nicht sein, da feiert man Weihnachten oder auch nicht. Ist mir wurscht. Ich jedenfalls habe, ich könnte eins veröffentlichen, aber es muss ja nicht sein. Ich habe genug, den einen Tag wird man es auch mal wieder verschmerzen können. Es gibt ja immer noch zwei Stück dann, am 26. und am 28. wird konsumiert. Ja, okay. Also gehen wir in die Kommentare. Zum letzten Blar haben wir, der Düsi meint, hör, erster trotz edel ausschlafen. Ja, und dann meint der Tokio, er möchte erwähnen, dass er als Erster um 10 Uhr da war, aber kein Blar weit und breit. Ja, und da komme ich gleich zu. Dann meint der Düsi, da hat er eh noch edel an der Matratze gehocht, aber ja, irgendwie war es später diesmal, das stimmt. Der Tokio meint, um 10 Uhr noch an der Matratze hochen, da ist fünf und ein halber Tag gelaufen. War ein Lachsmai. Das war, glaube ich, noch, Moment, vorm Abflug. Ja, ja. Und der Düsi meint, nun, ja, nun, er braucht es mal. Außerdem meint der MT Elite noch, schon mal hier an dieser Stelle, frohe Weihnachten mit vielen hübschen Weißbäumen. Ja, der Punkt war, ich habe, die Folge war fertig und alles. Ich habe nur beim, beim Hochladen und alles Einstellen verpeilt, dass ich ja die Blarfolgen um 10 Uhr statt um 12 Uhr kommen sollten. Und habe dann so halb, so im Halbwahrnehmung, Halbschlaf, naja, vielleicht der falsche Ausdruck. Also halt ohne aufzupassen, Geistesabwesen, 12 Uhr eingestellt, wie bei den meisten anderen Videos. Und das dann am Samstag erst um halb zwölf ungefähr gemerkt. Und dann halt natürlich unmittelbar veröffentlicht. Passiert alle Jubeljahre mal. Mein, mein Superfan, den einen gestörten, den hat es auch nicht gestört offensichtlich, dass es später kam. Konnte immer noch seinen Daumen senken. Egal, mal gucken, ob man jetzt diese Folge wieder sein Weihnachtsgeschenk gibt. Seine letzten paar Jahre hat er es immer entweder gelassen oder vergessen. Das ist bizarrer Scheiß halt. Aber egal, jedenfalls, ja, das war der Grund. Dann habe ich ihr Schleimplan für Switch geunboxed. Und die Slime Girl Smoothies, ein an sich gar nicht so schlechtes Spiel, aber es sieht ziemlich schäbig aus. Und wie immer bei diesen East Asia Sachen, die es über Funbox gibt, die sind völlig überteuert. Aber schaut es euch an. Und ich habe mich da viel mehr zu geäußert. Der Düsi meint, er war der Erste, dass es hier auch mal wieder gibt. Und dann meint der MT Elite nochmal, die Ersten werden die Letzten sein. Und der Düsi meint, das ist ja Quatsch. Ja, schon. Aber gut. NLK Design, Hallöle, der meint, das klingt interessant, er hat mal NetGames angeschrieben. Das war gestern oder vorgestern. Und er meinte, dass es schon bestellt ist. Denkt mal, in den nächsten Tagen wird es bestellbar sein. Ich gehe auch davon aus, ist natürlich jetzt dank Weihnachten ein bisschen unpraktisch. Keine Ahnung, wann dann die nächste Lieferung kommt. Danke für die Vorstellung dieser super nischigen Spielemeister, die sonst niemand kennen würde. Und frohe Weihnachten an alle, die hier mitlesen. Gleichfalls frohe Weihnachten. Ja, das habe ich auch, das hatte ich, das kam zu einem Moment als Download, wo es einfach im Heft keinen Sinn ergeben hat. Und dann habe ich es verschnacht, mal den Online-Test nachzuschieben. Ähm, und vielleicht mache ich den nochmal irgendwann jetzt, so spontan, keine Ahnung. Äh, ja, solche Sachen stelle ich gerne vor. Ich finde es ein bisschen schade, dass sie seitdem nichts mehr angekündigt haben. Wo bleiben die Pretty Girls 4 und das zweite Otoko Cross? Das wären die naheliegenden Sachen aus meiner Sicht. Also ich würde mich auch wundern, eigentlich, wenn die nicht mehr, wenn die nicht kommen sollten. Aber die Frage ist halt, wann und wann werden sie angekündigt? Wie auch mal. Ja, also ich habe es im Video auch, glaube ich, gesagt. Also schon klar, ich wundere mich ehrlich gesagt ein bisschen, warum da NetGames bei dem und auch schon bei dem davor nicht die schon frühzeitig bestellt hat, weil er auch andere seltsame Sachen von, äh, äh, das, wobei, da muss ich jetzt gerade mal nachgucken, ob er das auf Lager hat. Äh, äh, ne, tatsächlich, das komische Windwellenreiten-Spiel von East Asia hat er auch, äh, von Funbox hat er nicht auf Lager. Das ist auch absurd. Das ist auch so richtig teuer und braucht keinen Mensch. Ähm, mich wundert es ein bisschen, weil eigentlich verkauft es sich ja wohl ganz gut. Zumindest wenn, war ja der Punkt, dass die, die Boo-Party ist, glaube ich, vergriffen. Also ich weiß nicht, wie viele er hatte natürlich. Aber vielleicht bin ich ja auch mit dann schuld, dass er vergriffen ist. Weil ich sie beworben habe, in Anführungszeichen. Ähm, ich hab, ich, da bin ich jetzt bloß zu ungeduldig, drauf zu warten, wann das bei, es ist abzusehen, dass er es auf Lager haben wird. Wenn ich mich früh genug darum gekümmert hätte, das wäre auch rechtzeitig auf Lager gehabt. Aber, mei, ich kaufe gerne da was. Aber ab und zu, wenn's, mache ich es halt auch anders. Ist ja auch egal. Jedenfalls, ich wünsche euch viel Spaß, wenn ihr es dann mal irgendwann kriegt, dem NLK und irgendwelchen anonymen anderen Hörern vielleicht. Ja, äh, ja, okay. Guti, dann habe ich ge-eatet, ein Sunrise-Spende, danke nochmal an der Stelle, ein Fanpost-Consuming, Decentershock-Sauer-Mix. Diese komischen, sauren Kaugummis, das war ein bisschen merkwürdig. Und da meint Heinrich Hinkel, was, ein Schock? Ach nee. Und der Emtelite meint, Ulrich oder der süße Kram. Ja, süß war es jetzt, glaube ich nicht. Oder es war so komisch, so stechend süß ein bisschen. Ach, ist ja egal. Und ich hab, was Eigengekauftes konsumiert nicht, die OK-Snacks, Big Bag Sour Cream & Onion, so Kartoffel-Mais, oder was? Nee, Mais-Dingsens, irgend so aufgebauschtes. Also keine Chips, sondern diese anderen Dinge. Und die waren ganz okayisch. Der Emtelite meint, völlig krank und lecker und keine Ahnung. Ja, ist ein bisschen verwirrt, offensichtlich. Aber macht ja nichts. Macht ja nichts. Gehen wir in die E-Mails. Ich glaube, es sind alle, haben sich alle gemeldet, die zu erwarten waren, dass sie sich melden könnten. Somit, schön, gehen wir es an. Gehe ich in Reihenfolge von hinten nach vorn. Was soll's. Also, der gute Max hat sich hier gemeldet, meinst du Christmas? Hallo Ulrich, er wünscht mir und der Kernspieler-Community einen schönen Weihnachten, guten Rutsch ins Jahr 2024. Danke dir, guten Rutsch. Sind wir ein bisschen früh noch dran. Nächstes Mal gibt es ja theoretisch eine Folge. Aber sicher ist sicher. Danke, jedenfalls. Gleichfalls beides. Frage, was wird bei mir an Weihnachten gespielt? Er spielt auf der PS2 Suicoden 3. Und liebe Grüße von Max. Danke. Das ist eine interessante Wahl, auf die ich nicht gekommen wäre. Also, tatsächlich wäre ich wohl überwiegend Sachen spielen, die dann auch arbeitstechnisch Verwendung finden, was okay ist. Weil vieles davon habe ich einigermaßen Lust drauf. Das andere ist zumindest nicht furchtbar. Also, nicht so furchtbar, wie es hätte sein können. Und dazu noch, also ich habe zum Beispiel noch ein Dutzend, ich habe auch ein Dutzend, wirklich ein Dutzend, nicht nur übertrieben, VR-Spiele auf Halde, die die letzten Wochen erschienen sind, die ich alle irgendwo noch teilweise noch nicht erhältlich sind, weil sie es kurzfristig verschoben haben, die ich zumindest alle mal anschauen muss, ob und will und muss, welche davon testrelevant sein sollten, im Idealfall alle, aber auch damals natürlich habe ich den Platz überhaupt, geht auf jeden Fall, ja, wahrscheinlich das. Also, was, wie soll ich sagen, nicht arbeitsrelevant bezogenes Spielen steht bei mir aktuell nicht auf dem Plan. Tendenziell wäre es mal interessant, in Baldur's Gate mal reinzuspielen oder auch Persona 5 Royal möchte ich ja auch immer noch irgendwann spielen, aber das fange ich sicher nicht mehr an, bevor dann ich vielleicht Persona 3 Reload doch teste. Boah, es bietet sich ja an, ich kenne es ja auswendig, Persona 3, von vor nicht mal ein Jahr durchspielen. Ja, also mal gucken und ich habe auch jetzt nicht so den Nerv und die Muße und vor allem die Darts-WM lockt ja auch immer so nebenbei, die läuft jetzt heute hier am Freitagabend haben wir ja gleich wieder noch zwei deutsche Spannungen und naja, mal gucken, ja, das jedenfalls. Dann, der Düsi rührt sich hier, mein Neuerich, beim Bash in Berlin ist er natürlich dabei, also dem deutschen PayPal für, ne, heutzutage heißen sie, glaube ich, Premium Live Event doch, glaube ich, oder? PLE, soweit ich es mitbekommen habe, von der WWE jedenfalls, das ist im Sommer dann. An dem Wochenende ist er aktuell auf sechs, Anführungszeichen, Wrestling-Veranstaltungen vorgeplant. Smackdown, Unlimited Wrestling, dreimal GFW versus RevPro, beziehungsweise nur GFW und natürlich der Bash, GWF, GFW, war das nicht Global Force Wrestling, das, was Jeff Jarrett mal irgendwie aufziehen wollte und was dann irgendwie nie jemals jemand zu Gesicht bekomme? Gut, mit diesen kleinen Ligen, sonst was, oder ist das German, Germany, irgendwas, das steht das G, da bin ich überhaupt nicht fit und so weit geht mein Interesse logischer ist er auch nicht. Ich habe übrigens gestern gelesen, dass ja jetzt irgendwie, ab 2024 geht es dann bald irgendwie die Sendungen, die Ausschreibung von der AEW irgendwie in Deutschland sich wieder fröhlich durchgewürfelt werden, dann kommt irgendwie, Dingsentag früher jetzt, oder? Auf Samstag, oder auf Sonntag kommt jetzt dann, äh, das Ding, was immer mittwochs kommt, verdammt, Collision, Rampage und wie heißt die Hauptsendung? Bäh, muss ich jetzt nachgucken, es irritiert mich gerade, dass ich es vergessen habe. Ähm, dann Collision kommt dann, ersetzt jetzt Rampage und Rampage wandert auf irgendwie, irgendwie auf irgendeiner Pay-Per-View? Discovery Plus, glaube ich, gell? Ay Gott, super, also eine von drei Sachen muss man dann an Online-Abo sich noch, Dynamite ist es. Äh, naja gut, bin ich froh, dass ich es mir, dass ich mich nicht mehr um sowas schere, also den Rumble werde ich mir irgendwie anschauen, ich hoffe mal, ist der? Der ist hoffentlich an einem Samstag, oder? Das muss ich jetzt gerade nachgucken, Rumble, wenn der an einem Samstag wäre, das fände ich perfekt, weil dann kann ich einen Sonntag in Ruhe anschauen und muss mich nicht weiter ärgern. Äh, am 27. Januar, da ist ein Samstag, perfekt, super, Sachen, ist doch geil. Ja, da werde ich mir den dann am Tag drauf anschauen, denke ich mal. Ja, aber sonst gibt es eben nicht mehr viel, was mich so richtig juckt, äh, in der Hinsicht, aber gut, äh, macht ja nichts, also wer Spaß daran hat, ich gönne es denjenigen, ich habe bloß nicht die Energie und die Muse, mich jetzt da so, es ist ja auch relativ viel Zeitinvestment, wenn man es wirklich vernünftig machen will, ich meine, äh, WWE sind Minimum fünf Stunden in der Woche, sechs, warte mal, NXT ist auch zwei Stunden, oder? Dann sind sie ja sieben Stunden, äh, AEW ist inzwischen auch bei fünf Stunden angekommen, mein Gott, und dann natürlich die regelmäßigen PLAs oder Pay-Per-Views, die dann teilweise ja auch wirklich Geld kosten, einigermaßen vernünftig, also, ich weiß gar nicht, wo kommt er heutzutage eigentlich AEW, also Sky hat es ja nicht mehr, glaube ich, gell, wahrscheinlich, ja, ist mir jetzt auch wurscht, naja, äh, den Schnitt haben sie wohl gemacht, den Schritt, meint er, halt, Schnitt, Schritt, nicht Schnitt, haben sie wohl gemacht, weil die letzte Tour so erfolgreich war, ich habe ja leider keine Karten bekommen für die Tour, wobei, die war, wir reden nicht von der im Oktober, oder, das wäre ein bisschen kurzfristig, ist ja auch egal, aber was da teilweise in den Kommentaren abging, von wegen Ticketpreisen und so weiter, eieiei, da schämt man sich fast für seine Mitbürger, weil, mal schauen, ob das der erste und letzte Pay-Per-View wird, ich gehe mal davon aus, wenn sie es verkauft haben, dann kommen sie wieder, ähm, mei, ist doch klar, Geiz ist geil, wir können uns nichts mehr leisten, überhaupt nicht, nullo, nada, überhaupt niemand, nullo, nix, und wir sind ja die Ärmsten, überhaupt, das ist so lächerlich, aber gut, ich meine, ja, naja, was soll ich sagen, äh, ich, mir wäre es persönlich auch zu teuer, aber eher halb wegen Interesse. In Frankreich gibt es auch ein Pay-Per-View, Backlash im Mai, äh, also die kriegen, Backlash war ja ein etablierter Name, die haben sie den jetzt einfach nach Frankreich verschifft, sozusagen, interessant, da weiß ich nicht, aber warum nicht, naja, ich meine, gut, weitere, weite Reise wäre es ja nicht, oder, ich meine, Frankreich kommt daran wo, naheliegend wäre ja Paris, ohne dass ich es geschaut habe, naja, die Atari Game Station Pro gibt es bei Amazon Deutschland jetzt für 128 Euro, habe ich die mal getestet, ich habe die gekauft vor eineinhalb, zwei Monaten oder so, wie es es in Frankreich bei Amazon erstmals lieferbar gab, inzwischen gibt es das bei uns auch, ist richtig, ähm, also ich habe sie, ich würde sie nicht unbedingt empfehlen, sagen wir es so, äh, sie haben zwar inzwischen ein Firmware-Update nachgeliefert, der die völlig, die wirklich völlig frappierende Fehlleistungen weitgehend ausgemärzt hat, also der Ton kommt jetzt richtig raus, die Vertikalspiele schauen jetzt richtig aus, äh, und noch ein paar andere Geschichten, aber, äh, das enthaltene Software-Line-Up ist jetzt nicht so supergeil, äh, klar sind es 200 Spiele, es sind halt auch viele, also es kommt drauf an, wenn man halt auch Bock hat auf Sachen, die es auf der Evercade auch gibt, vieles, von den Pyco-Geschichten, und Emulatoren sind da auch viele drauf, aber da braucht man halt für viele Sachen auch einen vernünftigen Controller, und der, den es gibt, der ist halt irgendwie nicht so supergeil, und er ist authentisch natürlich eh nicht, ähm, also ich würde sagen, wenn man das Ding haben möchte wegen der Atari-Spiele, dann kauft man sich lieber das Flashback, das gibt es auch immer noch, sogar in zwei Fassungen, jetzt in dem 50 Jahre Gold, und in der, jetzt Flashback 12, also sie haben es nochmal neu aufgelegt, da sind nämlich die Activision-Spiele offiziell drauf, außer allem ist das egal, ob man es per Emu dann von der SD-Karte spielt, ähm, und wenn man dann wirklich, dann ist man 30 Euro billiger, und für das Geld kann man sich den Joystick vom Atari 2600 Plus kaufen, weil das ist sehr authentisch, und der ist auch so schön, schön steif und hart, in Anführungszeichen, mein Gott, ja, ich weiß, ähm, wie ich es beim Alten nicht in Erinnerung habe, weil der, der da beiliegt bei dem, äh, Flashback, der ist sehr labbrig und viel zu leichtgängig und fühlt sich dadurch nicht richtig an, ja, aber geht auch, ja gut, also soweit meine, es ist abzusehen, dass die Game Station schon nochmal den Weg ins Heft finden wird, wahrscheinlich, aber sicher nicht in der kommenden Ausgabe, das kann ich auch schon mal sagen, mit Sicherheit, wird, naja, die Quest 3 findet er echt interessant, vor allem Assassin's Creed Nexus, Asgard, Wrath 2 und das Mixed Reality, habe ich es mal, jetzt mal testen können, nee, ich habe ja keine, ich habe auch keinen Zugriff drauf, wir haben, das hat extern jemand gemacht, der mit Meta oder der Agentur, wie auch immer so, ich könnte ihn natürlich mal fragen, welche Agentur das ist, aber die werden mir jetzt auch nicht so graue, es ist immer so, diese ultrareichen, riesen Firmen sind ja ganz gerne mal super zickig in Bemustern, da fragt man sich auch, mein Gott, selbst wenn, wenn die Dinger leicht schnell vergriffen sind, ja wird, warum könnt ihr nicht, äh, warum muss jeder das Zeug zurückschicken, nicht alles, aber manchmal denkt man sich es auch, oder es ist halt eine Dauerleihgabe, gut, das ist ja immerhin okay, aber, naja, wie auch immer, nein, ich habe es nicht, äh, Mixed Reality bin ich skeptisch, weil, dass es, dass man es öfters nutzt, als, weil, hier, ich finde es eigentlich ganz lustig, weil, irgendwo geht mir das, selbst wenn ich jetzt Beat selber in Mixed Reality spielen kann, was ich wohl kann, oder Synth Riders, da, da, warum sollte ich es wollen, ich meine, das ist doch viel cooler, komplett in der Welt einzutauchen, oder viel stimmiger, viel, ja, passender, authentischer, suchst du ja aus, ähm, nee, also, ich fände es auch sehr interessant, aber da, ich, ich habe mir, habe ich erzählt, glaube ich, oder, ich habe mir für sinnloses Geld einen Analog Pocket gekauft, aber, das ist ja doch nochmal was anderes, wie jetzt für ein paar hundert Euro eine, eine Quest, auch wenn ich, Asgard's Wrath ist ja dabei, glaube ich, und, äh, Assassin's Creed würde ich vermutlich, äh, bei Ubisoft schon eine Chance haben, dass ich es jetzt nicht für viel Geld kaufen müsste, aber, äh, wie gesagt, keine Ahnung, nein, ich kann dir wirklich gar nichts sagen, ich kann dir nur sagen, was bei uns im Heft steht, und das ist halt alles, ähm, naja. Häftig. Schönen, Ende, und frohe Weihnachten, danke gleichfalls vom Düsi. Dann hat uns da Dominik, also mir geschrieben, ein, ein Gedicht, glaube ich, oder, ja. Frohes Blarfest, hallo, guten Tag, Ulrich, ein schönes Fest, Weihnachten ist ein schönes Fest, das einen sehr groß freuen lässt, Glitzer, Düfte sind überall, wir mögen es auf jeden Fall, Geschenke, Spielzeuge und Süßigkeiten sollen uns zum Genießen verleiten, es ist die beste Zeit im Jahr, das Fest ist einfach wunderbar, schönes Fest für mich und meine Familie und erholen dann meine Urlaubszeit, natürlich auch an die Kernspieler-Fans, sage ich danke, gleichfalls, das ist lieb. Selbst erdacht oder abgeschrieben, wahrscheinlich abgeschrieben, ich google jetzt nicht, absichtlich, danke dir auf jeden Fall. Und ja, ich sage mal so, ich habe, es ist nicht das ideale Weihnachten hier aus vielen Gründen, die, die man halt, wo, wo ich keinen Einfluss drauf haben kann, äh, eine, eine Facette zur Gaudi, es könnte sein, dass ich jetzt mich mit Corona angesteckt habe vor ein paar Tagen, noch fühle ich mich fit, noch der Test gestern war positiv, äh, negativ natürlich, aber, ähm, ja, mei, wie gesagt, wo habe ich eigentlich die neu gekauften Tests, hm, verdammt, wo habe ich die hingelegt, bin ich blöd, wir haben heute Tests gekauft, was mich auch nicht wusste, Tests haben ein Verfallsdatum und ob sie dann noch zuverlässig sind, wer weiß das schon, egal, ähm, wie auch immer, es war nämlich, ja, also, ja, das erzähle ich euch dann in der Jahresansprache, wenn ich dann fit bin, wieso und weshalb, jedenfalls, ich war wo und es besteht die reale Chance, dass ich mich da angesteckt habe, ja, doof das, aber passiert halt, es war ja ab, irgendwie, mein, ist jetzt kein großes, ich hoffe mal, dass ich es so ähnlich stressfrei überstehe und wenn es dumm läuft, meiner Familie auch, die ich jetzt versuche, mich nicht anzustecken, wenn ich mich angesteckt habe, wir wissen es ja eben alles nicht, ist es blöd, äh, dass es so ähnlich stressfrei verläuft wie beim ersten Mal, aber muss man abwarten, kann man nichts machen, also wir hatten ja Dominik ein paar festliche Bilder geschickt mit, äh, da hatte jemand anders eine ähnliche Idee, bei ihm sind es aber irgendwelche anonymen, nackten, nackten Frauen in Weihnachtsautsitz, drei Blonde und eine, eine Brünette unter Weihnachtsgelanden mit akzeptablen Aussehen, ja, dann haben wir jetzt eine Blonde und eine Brünette mit, äh, vor, äh, hinter einem Weihnachtsbaum, die haben Unterwäsche an tatsächlich, also sie haben, also Unterhülschen haben sie alle an hier, das ist ja erstaunlich, ja, Wahnsinn, ja, dann haben wir, den Link hat er abgeschnitten, keine Ahnung, wo das herkommt, äh, dann haben wir eine Brünette, die eine Blodine, wo man nicht sieht, die Ländereien, äh, wässert gerade, also, ein bisschen züngelt, pfui, und dann habe ich noch die Saphic Erotica, ja, klar, muss ja sein, weil es sind ja nur Frauen dabei, von irgendwelchen Polen, nochmal drei Blodinen, die sich hier ein bisschen, äh, ein bisschen den, den Schweiß ab, äh, abwischen mit der Zunge, ähm, okay, gut, dann, der Diego hat auch geschrieben, konnichiori, na, red ich vor Bescherung, jein, äh, weil, ja, wir bescheren nicht mehr, haben wir mal irgendwann beschlossen, so richtig, weil, äh, mei, fällt keinem mehr was ein, nach 50 Jahren kann das ja passieren, so ungefähr, das ist halt so, äh, naja, wie auch immer, aber ja, mal schauen, wie gesagt, wir haben, die äußeren Umstände sind, nicht ganz ideal, aber wir haben ein, wir haben Plätzchen gebacken, wir haben einen Christbaum, den wir noch aufstellen müssen, das ist immer eine Heiligabendsache bei uns, das ist immer ziemlich, also, ich sag mal so, das, was ich am wenigsten mag an Weihnachten, ist das Aufstellen vom Christbaum und vom Schmücken, weil das ist immer so ein, ja, eine Stressphase, sag mal so, ist halt so, naja, egal, aber wenn er dann steht, ist er hübsch, normalerweise, hoffe ich, heute etwas kürzer, meinte er, der letzte Arbeitstag noch viel zu tun, das war heute um 15 Uhr, nicht, nicht schlecht, also, ich hab heute tatsächlich sehr wenig E-Mails auf meinem Arbeitstag, ich hab ja Urlaub, aber man, man ruft seine E-Mails ja doch ab, da kam wirklich wenig, erstaunt, haben wohl doch die meisten heute dann auch schon zugemacht, macht ja auch Sinn, weil, das gibt schon groß zu sagen, noch, wobei, gestern kam noch, also, ich spekulier noch drauf, dass die ominöse E-Mail, äh, aus Amerika heute kommt, weil die ja eigentlich, also, ich könnte es mir vorstellen, dass die noch kommt, wenn, dann kommt der wahrscheinlich relativ bald und wenn nicht, dann werde ich höflich fragen und ein frohes Fest und guten Rutsch wünschen der Person, ähm, naja, wir werden sehen, ich werde sehen, besser gesagt, egal, egal, äh, zurück zur E-Mail, zum Thema, warum auf Switch, es gibt verschiedene Gründe, manchmal ist der portable Aspekt, manchmal einfach nur, weil er fasziniert ist, wie gut manche auf der Switch läuft, siehe Doom, für ihn ist halt Grafik nebensächlich, so lange das Spiel nicht perverse Frame-Drop-Shops kann er wunderbar leben, das heißt aber nicht, dass er sich alles auf der Switch holt, seit er die OLED hat, ist der Reiz nochmal ein ganz anderer, das muss jeder für sich entscheiden, ich sag mal so, in Doom kann man auch auf ein Brot, äh, auf ein Toaster heutzutage spielen, deswegen ist es aber nicht unbedingt geil, oder auch Duke Nukem 3D auf der Evercade, klar funktioniert das, aber, äh, da spielst du dann doch lieber, wo, wo's, wo's nicht nur okay läuft, sondern auch wirklich gut läuft, ich mein, ja, ich mein, wenn's, wenn's dir ausreicht, ist es schön für dich, ich kann's trotz allem nicht so recht nachvollziehen, ich möchte halt die Sachen, wenn ich schon Geld, noch dazu, wenn ich Geld ausgeben sollte für irgendwas, dann möchte ich's halt auch in wirklich gut haben, net plus in, ist faszinierend, dass es überhaupt funktioniert, das ist halt sowas, naja, egal, oh, und dann heute erst Vampire The Masquerade Justice League, das sieht sehr nice aus, ja, es ist, es ist gut, auf jeden Fall gut, nicht, nicht fantastisch, aber gut, ja, also, und Series X, meint er, ist auf Amazon gerade für 400 Euro verfügbar und nur zur Info, weil wir das letztes Mal hatten, ja, habe ich mitbekommen, dass das irgendwie, ich glaube von, ich könnte mich täuschen, ich gucke einfach mal schnell, ich glaube nicht, dass von Microsoft in irgendeiner Form eine, eine PM dazu gab, dass es jetzt an Weihnachten die Xbox kurzzeitig billiger gibt, nee, warum sollte man das ja auch, weil das, sonst könnten sie ja Leute wahrnehmen und nochmal verstärkt kaufen, ich verstehe vieles nicht, sagen wir es mal so, wie manche Firmen ihre PR betreiben und gerade wenn ich nicht die Firma bin, die vorne liegt, dann sollte man meinen, dass man es versucht, den Leuten mehr zu sagen, das jetzt doch mal und überhaupt, aber ja gut, also mein 400 Euro für eine X ist schon gut, kann man machen, würde ich sagen, also besser wie eine S, immer, es ist immer besser als eine S, aber egal. Fragen? Habe ich Bock auf Dragon's Dogma 2? Ähm, nö. Ja, ein bisschen anschauen, aber nicht so intensiv spielen, ich habe das erste nicht gespielt, ich habe diesen Semi-Nachfolger, was auch immer, nicht gespielt, also außer vielleicht mal angeguckt, äh, da kann ich dir nur sagen, mei, kann ich dir nicht wirklich was zu sagen, ist, ist halt einfach so, ähm, und, ähm, ja, aber anschauen würde ich, das sollte kein Problem sein, das man mal anschauen kann zumindest, aber, ja, es ist nicht die Art von Spiel, die ich jetzt, äh, spielen muss und wo ich die Zeit sicher auch nicht habe, deshalb warum. Weiß ich, wie lange die Kampagne von Justice in AdWords, nee, kann ich dir ja auswendig nicht sagen, ich habe es ein gutes Stück gespielt, aber wie lange es tatsächlich ist, es gibt leider nirgends, äh, verifizierbare Infos, ich sehe, bei How Long to Beat steht gar nichts, das ist schon krass, immer, wenn, aber gut, ähm, ich würde aber so, von meiner Einschätzung ist, lang genug, dass man, dass man nicht sagen muss, äh, warum und weshalb, aber auch, äh, nicht zu lang, ist mein Eindruck von dem, was ich gespielt habe, gut. Habe ich Erdwister schon mal gespielt, taugt es mir? Ich bin mir relativ sicher, dass ich es schon öfters mal erwähnt habe, ja, damals auf dem iPad, wie es rausgekommen ist, ich habe ja auch den Artikel geschrieben, der im Heft war, vor Jahren, den Test habe ich nicht geschrieben, der hat Thomas geschrieben, ähm, es taugt mir, ja, es ist halt Space Harrier in, in Schrullig, durch die Grafik, die ein bisschen komisch ist und, äh, oder eigenwillig und durch diesen Pseudo-Bohemian-Rhapsody-Style-Queen-Sau-Track, der so richtig alles bizarr ist und, äh, auf der PS5 läuft es halt auch blitzesauber und auf der Switch läuft es halt, ich sag mal so, für dich reicht es wahrscheinlich, so wie du das beschreibst, ähm, ich würde es nicht auf der Switch spielen. Aber gut, man kann es auf der, also es ist nicht, dass es unspielbar wäre oder so, aber es ist halt einfach technisch und optisch einfach so ein, ein Schritt unter den Alternativen, sei es auch, auch auf dem iPhone sieht es halt besser oder auf dem iPad in dem Fall, äh, aber ja, kann man gut spielen und es ist ja auch nicht teuer, ich meine, 25 Euro ist jetzt schon okay. Habe ich das Anomaly Agent schon gesehen? Könnte witzig werden. Ich kann dir sagen, es sagt mir momentan gar nichts, deswegen gucke ich mal nach, was das ist, Anomaly Agent, und wenn mein Internet mich gerade lässt, das ist, äh, ab und zu hier, das, ich habe gerade ein VPN laufen, das ein bisschen lahmarschig ist, ab und an, Anomaly Agent angekündigt für, ist das für Konsole überhaupt angekündigt? Sonst wundert mich natürlich nichts, dass ich es nicht kenne. Reveal, Release Date Reveal, okay, wenn mich YouTube mal schnell lässt, äh, ein Steckenpferd von mir ist ja auch immer, wenn irgendwelche PC-Indie-Spiele nur für die Switch kommen. Ah, Pixlick, okay, äh, ein Action-Platz, also ein Run-and-Gun quasi, ein bisschen grobschlechtig, Pixlick, bisschen Cyberpunk mit neigemischt, weil halt, ah doch, ah, Moment einmal, okay, ist für Switch angekündigt, ähm, 24. Januar, okay, okay, jetzt muss ich gerade mal gucken, habe ich da schon mal eine Pressemitteilung bekommen, ich glaube nicht, Anomaly, ne, okay, gut, das, äh, hätte ich dann erst in ein paar Wochen wieder auf dem Schirm gehabt, wahrscheinlich mal von Few Few Games, pff, ja, mal gucken, ob ich es herkriege und dann werde ich es mal auch anschauen, aber tatsächlich, ne, habe ich vorher noch nie gesehen, sieht, es sieht jetzt auch nicht aus wie ein Spiel, wo man zwingend gespielt haben muss, ganz ehrlich, es sieht aber aus, als ob es unterhaltsam sein könnte, das ist ja auch gut. Habe ich dir die Wolveshow gestern angeschaut, war ganz witzig, aber irgendwie kaum was Neues, außer dass sie Hotline Miami 3 angeteast haben, haben sie? Das ist mir gar nicht aufgefallen. Ähm, ja, habe ich angeschaut, war ganz nett, war deutlich besser wie diese Dings mit Wolvi zum Gamefest, wann war es, oder, rund ums Gamefest, oder, äh, das fand ich ziemlich blech. Ähm, ja, sie haben halt, also ich fühle mich immer noch genauere Termine für diverse Spiele und jetzt irgendwie, also das, das, äh, der Squire, der sieht schon toll aus. Jetzt habe ich den Namen vergessen, den kompletten, aber weiß ich, was ich meine. Und die anderen sagen, es waren ein paar ganz gute Sachen dabei, aber ja, ja, die Wolves ist eigentlich nie verkehrt. Schauen wir mal, warte mal ab, was passiert. Was hat es eigentlich mit diesem Suica-Game zu tun? Der hört immer wieder von, keine Ahnung, was damit auf sich hat. Das kostet, glaube ich, drei Euro, du kannst, kaufst dir einfach mal von irgendeinem paar Punkten. Ähm, das ist im Endeffekt einfach ein kleines, casualiges, das Schicklichkeits- Knobelspiel, wo man halt in eine, eine, ein Behältnis, in eine, ein Glasbehältnis, sag ich jetzt mal, in 2D, äh, Früchte-Neifal oder Kugel-Neifal ist, die, glaube ich, Fruchtform haben. Und wenn man halt, welche aneinander liegen, zwei oder drei, die passen, dann werden sie, dann geht es zusammen. Also so wie ein umgekehrtes Punk, wenn man so will. Und man versucht halt so viel wie möglich, in diesen Becher zu, äh, unterzubringen, bevor er überläuft. Ich fand das ganz lustig, also Thomas schwört ja drauf und, äh, ich glaube, äh, John Lindenman von Digital Fundraide auch die Tage. Irgendwie gesagt, das ist ein drittmeisters gespieltes Spiel letztes Jahr auf der Switch. Oh, wow. Äh, ich, ich fand's ganz lustig. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich sowas stundenlang spiele. Äh, warum sollte ich? Ich meine, das ist ein Highscore-Spiel, wenn man so will. Aber ich finde das echt nett, aber nicht so faszinierend, dass es mich in meinem hohen Alter noch so abholt. Aber ich sag mal so, die drei Euro kann man dafür ausgeben. Das ist ganz lustig. Also, kann man schon machen. So viel zwischendurch ist das ganz echt nett. Diesmal im Angebot. Fullpix X-Max Edition. X-Max Edition. Wohl bekommst. Siehst, die gleiche Idee wie der andere, nur bei ihm haben sie Spielebezug. Zumindest teilweise, so weit ich es erkennen kann. So, ist doch einigermaßen lang geworden, meinte er. Aber das war's von ihm. Bis zum nächsten Mal. In diesem Sinn eine ruhige und angenehme Weihnachtszeit mir und dem Krenn. Aha, dem Kern wohl eher. Peace. Danke dir. Gleichfalls. So, wen haben wir hier? Das ist Witcher, würde ich mal schätzen. Die Yennefer und die, äh, Gott, wie ist die Rothaarige gleich wieder? Mein Gott, peinlich. Ich hab's eigentlich vergessen. Ah, egal. Die schmücken einen Weihnachtsbaum gerade in Reizwäsche oder Reizwäschigen. Die eine natürlich schön in schwarz, Yennefer, und die andere in rot-grün. So, Weihnachtsschmuckig. Dann haben wir hier ein, ein, eine weißhaarige, das ist, soll das eine B2 sein? Könnte sein. Oder 2B? B2? Oh Gott. Also ihr wisst schon, die Nier, das ist ein Niermittel. Aber halt ohne Augenbinde, deswegen ist es schwer einzuschätzen. Aber die, die Haare liegen über einem Auge. Deswegen ist es schwer. Die liegt so in einer roten Unterwäsche, miede irgendwas auf einer weißen Couch und ruht und hat ein rotes Hirschgeweihchen auf. Dann kommt noch eine 2B, die hat wiederum, die hat ihre rote Augenbinde auf und ein bisschen weihnachtlichen Look und hält sich die, 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 die moderaten Ländereien zu und hat eine Unterwäsche an. Okay. Dann haben wir hier eine, oh Jesus. Ist das eine Aerith? Leicht rot, nee. Wir hatten die irgendeine Final-Fantasy-Mädel mit leicht rosafarbenen Haaren. Ist das eine, die aus Teil 13, die, 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 ach, ich hab's vergessen. Ja, die jedenfalls hier so, die auf der, auf dem Boden, auf, hockt und, äh, verpackt ist, mit Schleifchen an strategischen Stellen. Okay. Und eine, äh, das ist eine Aerith, glaube ich, oder? Das könnte eine Aerith sein, die auch so hier vor ihrem Weihnachtsbaum steht. Oh, ich muss sagen, oh, die, die, der Schnürstring und der Bereich ist schon sehr knapp gehalten. Lecko mio. Ah, obenrum hat sie, ah, warte mal. Das, das Bild ist zensiert. Sie hat ein, 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 die, ein Oberteil BH an, der eigentlich alles abdeckt. Viel Underboob, aber egal. Aber trotzdem, da, wo die Nippel wohl wären, ist es grob gefiltert. Ach komm, waren die so deutlich zu sehen auf dem Originalbild. Wer hat denn das zensiert? So ein Schmal. Und dann noch eine, eine Rosalina ist es, oder? Die mit dem, ja, eine Rosalina mit Krönchen und einem Stern und nix an. Und die ist ein bisschen wohl genährt, aber noch im ordentlichen Bereich, ja. Und dann habe ich hier noch eine, das ist jetzt nochmal eine Tubi, glaube ich, auch ohne Augenbinde und mit ein bisschen, ja, alles gleiche Outfit geklaut. Mehr oder wie rotes, immer rot natürlich, weil Weihnachtsrot. So ein bisschen, ein bisschen mehr auf den Rippen könnt ihr haben, im wahrsten Sinne des Wortes, aber egal. Und dann habe ich hier noch eine, eine, noch eine, eine pink, eine, ne, eine türkis-haarige, halbnackte Weihnachtswichtelin. Keine Ahnung, wer das ist. Das kann ich jetzt nicht erkennen. Und dann haben wir noch eine, äh, ich würde es gerne sagen, aber ich komme nicht drauf. Es kommt mir irgendwie ein bisschen, äh, auch blond-haarig mit auch so einem Pony, der so über ein Auge drüber geht und die so ein bisschen hoch schaut. Keine Ahnung, wer es sein soll und hat halt was an und ist auch ganz schön. Danke dir. Immer interessant, was man so finden kann. Naja, naja, naja. Und wer, wer aufgepasst hat, kann sich denken, wer in dieser doch, wow, kompakteren Folge, nennen wir es mal, wer noch dran ist, der Tokio, der grüßt aus dem kalten Korea, schreibt er. Bla, das ist jetzt ein bisschen länger. Gut. Also, hallo Ulrich, schöne Grüße aus der Arktis oder wie sich das hier in Korea so schimpft. Es ist wirklich unfassbar kalt hier in Seoul. Tagsüber so um die minus 7 Grad geht es abends und nachts auf gute minus 13 Grad runter. Natürlich wird es ab nächster Woche deutlich wärmer, wo er nur noch ein paar Tage hat, hat er sich die falsche Woche ausgesucht. Aber du hast vielleicht sogar weiße Weihnachten und wenn es auch nur wegen Frostweiß ist. Immerhin weiß, bei uns ist da nichts. An sich kommt dann mit der Kälte ganz gut klar, hat sich ja auch an Klamotten gut vorbereitet. Schlimme sind aber bei ihm die Hände, trotz Handschuhe, weil sie ihm sehr schnell gefühlt einfrieren, was so echt nicht so toll anfühlt. Besonders wenn man die auch braucht, um Fotos schießen zu wollen. Ja, das glaube ich. Naja, er lebt noch und zum Glück findet er da hier, also vor Ort immer relativ schnell einen Ort, wo man sich aufwärmen kann. Glaube ich. Schön ist das allemal hier. Seoul hat echt einiges zu bieten. Er sitzt gerade im Zug in die Stadt Gyeongju oder sehe ich nicht. Er hat keine Ahnung, was ausspricht. Ich auch nicht. Wo er zwei Nächte bleibt. Danach geht es wieder zurück nach Seoul. Ist das irgendeine besondere Stadt, wenn man da mal so hinfährt für zwei Tage? Ich habe keine Ahnung. Kannst du mich ja aufklären. Ich komme noch anders. Ist in Seoul und Co. auch so viel Weihnachtsgedöns-Schmuck? Also keine Ahnung, wie Korea da so drauf ist, weil ich halt fasziniert bin. Das habe ich ja glaube ich schon ein, zwei Mal gesagt. Ich ja so ein, zwei YouTube-Kanäle ein bisschen verfolge, die so Walking-Videos aus Tokio und Umgebung verfilmen. Und der eine hat, also das ist Wahnsinn, wie viel. Der hat ein Dutzend inzwischen, glaube ich, Tokio-Weihnachts-Rekordations-Videos und da ist geschmückt ohne Ende. Das ist der Hammer. Ich meine, das hat, äh, das, äh, schon krass, wie viel. Es wird doch verboten, dass da Korea das auch so ist. Kannst du mich ja mal aufklären auch. Der Flug war sehr angenehm. Premium Economy sei Dank. Das macht schon einen Unterschied. Da konnte sogar gute zwei Drittel der elf Stunden Flug schlafen, was ihm sonst nie gelingt. Ist nicht schlecht. Er fürchtet aber, dass in Zukunft wieder bei der Standard-Holz-Klasse bleiben wird, weil so ein Premium Economy hat halt doch ordentlich Aufpreis. Ja. Denkbar. Muss man halt dann durch. Ist nie so super, ist schon klar, aber mein Gott, man fliegt ja. Der Flug ist ja nur Mittel zum Zweck. Hier in Seoul wurde er gleich zweimal von Virus angelabert. Zunächst hat ihn einer von den Zeugen Jehovas versucht, auf die dunkle Seite zu ziehen und ihm was von Armageddon erzählt und seine Bibelferse vorgelesen. Der hatte modern, wie es sich gehört, alle ordentlich auf seinem Handy gespeichert und markiert. Da trotz allem recht höflich war, wollte er nicht unfreundlich sein und ihm im Gesicht sagen, dass er ein Spinner wäre. Deshalb hat er einfach wirklich dran glaubt, was er ihm erzählt hat und wo es denn sein kann, dass seit Jahrhunderten immer wieder dasselbe gepredigt wird. Von wegen, es wird keine schlechten Menschen mehr geben und keine Kriege und alle sind glücklich und nie auch nur annähernd dermaßen passiert. Warum soll es denn jetzt soweit sein? Darum hat er ja keine Antwort, meint dann halt bald wäre es soweit. Er wollte ihm dann nicht noch mehr seine Illusionen nehmen und ging weiter. Ich habe mit, lustigerweise, es ist Tatsache, interessanterweise, mehr oder weniger schräg gegenüber von unseren Reaktionsräumlichkeiten. Auf der anderen Straßenseite ist ein Königsreich-Saal. Also die ist die örtliche Niederlassung der Zeuge Jehovas hier in Mehring. Wir haben mit denen nichts zu tun, die mit uns auch nichts. Ich weiß nicht, also ich habe auch tatsächlich gefühlt nie groß mitbekommen, dass die hier mal rumrennen und klingeln würden. Also ein, zwei Mal vielleicht im Lauf der letzten Ewigkeiten, dass es mal geklingelt hat und sagt mir, nee, danke, geh wieder. Dann gehen sie auch wieder. Ja, ich glaube, dass die weitgehend höflich sind, wobei die Leute, die auf der Straße mit ihrem Erwache-Schild stehen, die sind vielleicht nochmal ein anderes Kaliber. Ich finde es ein bisschen kurios, dass einem sowas in Korea passiert, weil da hätte ich auch das Gefühl, dass die da ein bisschen strikter gegen solche Sachen vorgehen würden. Ist jetzt mein Eindruck. Vielleicht täusche ich mich auch. Also scheint, dass ich mich täusche. Egal. Am nächsten Tag sprach ich dann einen Typ in der Metro an. Der meinte ganz schroff, was willst du hier? Er meinte, was? Ich mache hier Urlaub. Ja, nur Urlaub, murmelte er vor sich und meinte dann, wo ich denn wohne. Im Hotel. Er meinte, welches? Er nannte ihn den Namen von Hotel, woraufhin er meinte, schrecklich. Er meinte, unbekümmert. Also der Tokio. Wenn sie meinen, ihm gefällt es sehr gut. Er murmelte weiter und fragte dann, ob es für ihn okay sei, schrecklich zu sein. Also für ein Tokio. Er langsam, der Tokio meinte, genervt. Meinte, klar doch, wie auch immer. Nach weiteren Gemümen seinerseits, was er nicht verstand, wusste er zum Glück aussteigen. Sonst wäre er vielleicht, glaube ich, etwas bestimmter geworden, was er überhaupt von ihm wollte. Ja, das ist so, das möchte ich auch ungern erleben. Irgendwelche Irren, weil man weiß ja nicht, wie lange sie harmlos bleiben. Das ist unschön. Das hätte ich jetzt auch ziemlich ätzend gefunden. Also irgendwie hat er echt ein Talent, komisch für den Urlaub anzuziehen. Zum Glück sind die meisten immer hier eher zurückhaltend. Man hat durchgehend seine Ruhe. Das ist eben, denke mal, auch in Korea klingt das jetzt eh schon relativ, äh, überraschend, wenn da jemand schroff war oder sonst was. Aber, äh, ja. Aber hast du es ja überstanden, dann geht es ja zum Glück. Soweit von ihm, meint er. Er meldet sich dann nochmal nächste Woche nochmal aus Korea, bevor es dann zwingend in die Heimat geht. Und PS-Bilder kommen noch hinterher. Jo, bin ich dann mal gespannt. Er wünscht mir und den Kernjungs schon mal ein schönes und bislangiges Weihnachten der Tokio. Ich sage dann gleichfalls, äh, dass das hier irgendwie eben nicht zugehalten wird und doch ein bisschen festlich ist. Viel Spaß, so wie wir im Urlaub noch. Und dann sind wir durch im Endeffekt. Ja, nicht ganz. 40 Minuten, um die 40 Minuten. Wie gesagt, ähm, am Heiligen Abend gibt es kein Video. Äh, in den Folgetagen gibt es dann zweimal Konsum. Ich gucke mal kurz, was ich da konsumieren werde. Ich bin mir gar nicht sicher. Ich habe es mir schon eingeplant jedenfalls. Ja, es wird was gegessen. Was warm ist. Und dann wird nochmal was warm ist. Ich habe hier offensichtlich eine Planungspan... Ne, ich habe keine Planungspan... Also ich habe... Oh, ich habe jetzt ganz viel Warmes zu essen. Also es wird, es wird warm gespeist. In relativ... Oh, naja, ist egal. Ich mache das jetzt einfach in zwei Sachen, die sich relativ ähnlich sind. Egal, aber ihr seht es da, das sind längere Videos. Also es ist warme Mahlzeit. Könnt ihr dann gucken und dann geht es ja schon wieder ins nächste Blar. Kann man sich ja auch denken. Und das ist dann, wie immer, ihr wisst ja, das ist dann quasi das Vor-Silvester-Blar, also am 30. Ja, und dann gibt es, dann kann ich es ja auch gleich sagen, gibt es die alljährliche Ansprache und dann gucken wir halt mal weiter. Ja, genau. Sonst habe ich auch nichts zu sagen. Wie gesagt, ich wünsche euch gute Weihnacht, erholsame Tage, hoffentlich nicht viel Stress. Und ich hoffe mal, alle haben irgendwie Urlaub, wo es geht oder sonst halt wenig Stress. Und dann gucken wir halt mal weiter und dann würde ich sagen, hören wir uns nächstes Mal wieder. Bis dahin. Tschüss. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020